Ja, an alle Spinner! Es sind Zander da und Zander sind tatsächlich immer noch hier am Wolchow. Naja, zwischendurch ein paar kleine, aber auch ein paar große. Also, ich teste jetzt hier eine knappe halbe Stunde schon und hatte jetzt quasi die Morgenstunden hier mitgenommen. Und jetzt haben wir schon mittlerweile Mittag und ich hoffe jetzt gleich nochmal auf die aktiven Abendstunden. Da geht meist nochmal so ein bisschen mehr auf den Zander. Und das Ganze hier mit dem Zander Kunstköder. Einer der, ich würde sagen, am meistverbreitetsten Kunstköder, die man selbst hergestellt bekommt. Und oder sich kaufen kann für Gold oder einfach mal in der Community fragt. Ich glaube jeder oder so gut wie jeder, der Kunstköder geskillt hat, hat auch eben diesen Zander Kunstköder hergestellt. Denn den kann man sehr günstig in Masse herstellen. Und ich glaube, ich habe auch noch ein paar hundert rumliegen. Also die Dinger sind, glaube ich, wahnsinnig weit verbreitet. Zander Kunstköder ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit hier zu Jiggen. Ganz normale Jig-Montage. Ich verlinke auch nochmal das alte Video. Ich stand hier schon mal vor ein paar Wochen. Auch mit einem kleineren Setup. Passendes Setup ab Level 20. Einfach vielleicht nochmal reingucken. Hier schön auf Zander. Und ja, wie gesagt, anderes wäre dann, wie gesagt, anderes Jiggen wäre dann mit Jig-Montage oder mit verschiedenen Jig-Montagen. Gummifisch. Was sich da immer wieder lohnt, ist der Provoker. Provoker in Weiß. Beziehungsweise eben auch Tiny Fish. Tiny Fish 06 in Weiß. Oder die Quicker. 4,5er Quicker. Wir gucken gleich am besten nochmal rein in die ganzen Kunstköder. Oder wir machen das jetzt, denn Mittags ist meist ein bisschen Flaute. Also ich ziehe nochmal eben kurz rein. Und dann ändern wir mal eben hier auf. Zum Beispiel die Jig-Montage. Ich würde in dem Fall einen 1,0er Kopf hier verwenden. 1,0 für Zander ist eigentlich immer ganz praktisch. Und dann geht es, wie gesagt, los. Klar, auch die könnte man nehmen. Wobei mein erster Test auf dem Grün war sofort einen Welts. Und die will ich ja jetzt hier gerade nicht haben. Deswegen bin ich danach sofort weitergegangen. Also das wäre natürlich wieder eine Möglichkeit. Lünz Minnow. Zander gerne in Weiß oder in Gelb mal testen. Klappt immer wieder ganz gut. Dann auch die Maggots gerne mal mit reinnehmen. Aber was eben wirklich regelmäßig gut funktioniert, ist der Provoker 06. Und der Quicker in Pink oder in Grün. Klappt auch immer mal wieder ganz gut. Aber auch da die anderen Farben ruhig mal testen. Je nach Wetter. Und dann eben hier der Tiny Fish. Also das sind glaube ich so die wichtigsten Zanderköder, die immer wieder gut funktionieren. Nehmen wir einfach mal eben den Tiny Fish. So, da ist er. Und ich werfe hier locker raus. Man kommt ziemlich weit raus. Immer hinten zu dem Turm werfen. Denn da landen wir dann. Man sieht es hier schön auf der Map. Da landen wir dann einfach hier in dieser Area. Und da wollen wir rein. Und dann einfach locker durchjicken. Da muss man natürlich schön drauf achten, dass die Jig-Führung funktioniert. Also eine Umdrehung machen. Und zack, haben wir hier die Jig-Führung unten. Und dann locker weiter durchjicken. Ja, das Risiko, dass hier ein Wels reingeht, das Risiko besteht. Also macht euch drauf gefasst. Es ist durchaus möglich, dass hier ein Wels reinballert. Es ist durchaus auch möglich, dass hier Hechte reingehen. So ganz klein und fein würde ich hier nicht reingehen. Ich war jetzt hier glaube ich gerade sogar mit 27er Vorfach unterwegs. Oh, schon bis. Nehmen wir den mal eben mit. Ruhig ein bisschen langsamer jicken. Gerade wenn das ein bisschen liegt, ballert da gerne auch mal der Zander rein. Genau, 27,7er Vorfach jetzt hier gerade. Also schon deutlich stärker. Es reicht aber auch, ich sag mal so um die 15 Kilo. Also 15 Kilo mit ein bisschen Risiko ist auch gar nicht so schlecht. Vor allem ist man da ein bisschen feiner unterwegs. Und hat vielleicht, ähm, hat vielleicht noch ein bisschen eher die Chance, dass man da noch einen selteneren Zander bekommt. Apropos vom Verhalten Zander und Wels. Das ist schon mal ganz ähnlich. Der verhält sich hier gerade fast wie ein Wels. Könnte aber auch ein Zander sein. Ich vermute, es ist ein Zander. Aber es kann eben auch ein Wels sein. Die legen sich gerne auf den Grund, machen sich schön extra schwer. Alle beide. Wenn es halt ein sehr großer Wels ist, dann merkt ihr das. Keine Sorge. Aber die fetten Zander, ja, die machen das halt auch gerne mal. Einfach schön auf den Grund legen und dann nichts mehr machen. So, komm ran hier. Ist es ein Zander, ist es ein Wels? Ich nehme sie beide mit. Ja, vielleicht doch noch ein Wels. Oder ein richtig großer Zander. Das wäre natürlich der Hammer. Und es ist... Jetzt komm rauf hier. Es ist echt ein Wels. Ah, ja, ja, es ist echt ein Wels. Mann, 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 Mann. Ja, überlege ich mal. Der jetzt hier auf kleinem Setup. Der hätte schon Bock gemacht. Aber wie gesagt, mit 27 Kilo, da geht er. 11 Kilo Wels. Joa, schönes Ding. Direkt wieder rausgeworfen hier. Noch ein paar Mal durchjiggen. Das läuft doch so schon mal ganz gut. Ja, wie gesagt, vom Setup her. Wir gucken noch mal gerade eben rein. Also 1,0er Haken, die verschiedenen Köder. Wenn ihr könnt, gerne ein bisschen stärker reingehen. Denn ansonsten, wenn man hier zum Beispiel mit der Kammer Mächter unterwegs ist und der HSV, dann, na, ich würde sagen, vielleicht bis zu 19 Kilo. 19 Kilo Schnur, 19 Kilo Vorfach, das reicht in der Regel. Also es kommt schon relativ selten vor, dass hier ein Hecht reinballert. Und dann muss der Hecht ja auch noch sehr groß sein, dass er ein 19 Kilo Fluorocarbonvorfach durchbeißt. Das heißt, das muss mindestens so ein 8 Kilo Hecht schon mal sein, dass der das locker durchbeißen kann. Oder so ein bisschen über 8 Kilo. Dann wird es langsam eng. Die kleineren Hechte und ich sag mal diese mit über 8 oder 9 Kilo herum, die sind schon relativ selten. Also dies hat man ja nicht so häufig. Mal so ein 3 Kilo Hecht, aber den wird man auch mit einem 9 Kilo Vorfach locker reinziehen. Und der wird es in der Regel auch nicht durchbeißen als Vorfach. Das wird schon funktionieren. Ja, Jiggen auf jeden Fall üben. Das ist hier natürlich wichtig, dass A und O an den Abendstunden aktiv sein. Tagsüber, ihr seht es gerade hier, viele kleine Zander dabei. Und dann eben in den Abendstunden hier um die 4 Kilo ist es, glaube ich, ganz interessant. 3, 4 Kilo Zander, die nehmen wir gleich gerne mit. Ich schaue natürlich auch gleich nochmal kurz in den Cacher rein, wie das denn finanziell ist. Denn Zander lohnt sich. Ich war vorhin schon kurz am Archipel. Und am Archipel vom Land aus hatte ich auch schon so ein paar Zander dran. Aber das war dann bei etwas schlechterem Wetter, war es dann auf einmal ganz vorbei. Da war eine halbe Stunde war gut und auf einmal war wieder Ende. Das ist natürlich nicht so cool. Werde ich aber demnächst auf jeden Fall nochmal testen und gucken, wenn das da läuft. Dann gibt es da auch nochmal ein Zander-Video vom Archipel. Vom Land aus, also ohne ein teures Bootsticket für 100 Silber, sondern einfach so von der Base aus. Guckt, zack, der nächste. Alleine für die Skillpunkte auch natürlich sehr, sehr praktisch hier alles schön mitnehmen. So, bevor jetzt gleich die Nacht kommt, gucke ich gerade nochmal eben schnell in der Base, wie das denn jetzt aussieht. Geht rein von der Kohle her. Was bringen die Zander? Und damit ich dann gleich so gegen 18 Uhr auch hier wieder am Spot zurück bin und weiter durchziehen kann. Vielleicht geht es sogar nochmal eine Zander-Trophy rein. So, dann rennen wir mal hier an den Büschen wieder vorbei. Einfach hier hinten quer durch das Gestrüpp. Hoppala. Und dann schauen wir gerade, ne, wir gucken natürlich erst kurz ins Kaffee. Zander, jawohl. Einer mit 1,5, den nehmen wir natürlich gerne mit. 2,5, da haben wir die ersten 40 Silber doch schon im Sack. Zander schmeckt einfach. Und dann gucken wir hier nochmal kurz rein. Zack, also 25, 25, 20. Ja gut, der Wels ist natürlich auch nicht so schlecht. Hier um die 15. Also ihr seht, kohlemäßig gar nicht so schlecht jetzt für die halbe Stunde, die ich jetzt hier stehe. Mit Kaffeeauftrag, 160 Silber. Ohne Kaffeeauftrag auch immer noch gut. Dann nehmen wir noch einen 2 Kilo dazu. Das heißt, da sind wir hier bei 130. Trotz allem 140 Silber in 30 Minuten. Und die Hotzeit, der Hotspot, die richtige, wichtige Zeit, die kommt ja jetzt erst in den Abendstunden. Also ab ans Wasser. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube. Mondags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri. Bis zum nächsten Mal.